Hey Leute, was geht? Ich ist Rubecki, ich bin wieder da mit einem neuen Video für euch, einem neuen 24-Hour-Challenge, Leute. Und wo bin ich wohl? Wo bin ich wohl dieses Mal? Ja, ich bin im Schrank diesmal. 24 Stunden gleich eingesperrt und ja, Leute, das wird glaube ich gar nicht mal so einfach, weil ich habe verdammt wenig Platz. Es wird noch kleiner, es wird noch enger und ja, ich glaube, ich habe nur bestimmten Meter, so höchstens. Weil mein Schrank ist nur so in zwei Teile geteilt, man kann nur in einem pennen, deswegen habe ich echt wenig Platz. Ich zeige euch gleich mal, wo drin ich jetzt gleich pennen werde und abhängen werde für 24 Stunden. Und ja, geil, ich freue mich mega, beim Schrank zu übernachten. Eigentlich gibt es nichts Schöneres, als wenn man gerne Klamotten mag, in seinem Schrank zu schlafen. Aber wenn es so eng ist und man so wenig Platz hat, ich glaube, es wird richtig ungemütlich, richtig fett ungemütlich. Auf jeden Fall habe ich diesmal sogar mein Einhorn-Wonsie an, weil er richtig warm ist und gemütlich. Diesmal keine Puschinenhose, Leute, sorry, ich muss euch enttäuschen. Aber ja, dafür Einhorn-Wonsie. So, Leute, das ist mein Platz für die nächsten 24 Stunden. Ja, mega klein. Das ist richtig klein, Leute. Nicht viel Platz. Auf jeden Fall habe ich hier meinen Bernhard wieder. Ich habe ein Kissen da reingetan, eine Decke, noch eine extra Decke, falls es zu kalt wird. Oder falls ich meinen Kopf irgendwo ranlehnen will. Weil da hinten ist nur Wand und ja, Deckel, Kissen, Trinken und Essen da irgendwo in der Ecke. Sogar ein Aufladegerät, weil ich habe da eine Steckdose. So, Leute, da wollen wir uns mal im Schrank jetzt verkriechen und die Tür zumachen. Und gleich sind wir 24 Stunden eingesperrt. Oh nein. Oh mein Gott. Krieg hier mal alles rein. So. Leute, die Tür ist gleich zu. Wir sind jetzt hier eingesperrt für die nächsten 24 Stunden. Und Bernhard macht sich schon nicht so breit, ey. Mann! Ja, die Tür ist zu, wie ihr sehen könnt. Und jetzt kann der Spaß beginnen. Yay! Es ist jetzt genau 13 Uhr. Und schöner könnte man seinen Sonntag eh nicht verbringen als im Schrank. Mega eingequetscht. Ich habe echt keinen Platz. Ihr sehen könnt, hier muss ich voll angewinkelt sitzen. Ich kann mich null ausstrecken. Nur so ein bisschen vielleicht. Aber dann muss ich mich voll gegen die Wand hier pressen. Ich glaube, es wird Schmerzen geben. Es wird richtig Schmerzen geben. Und falls ihr euch fragt, warum hier so eine Wand ist und kein Deckel von meinem Schrank. Leute, ich habe hier... Alter, mach mal Platz. Ich habe hier Steckdosen und Internetzugang. Deswegen musste das hier frei sein. Aber ja, falls ihr euch wundert. Oh, mein Schrank. Kein Deckel hinten hat. Oder wie auch immer man das da hinten nennt. Aber ja, deswegen sieht mein Schrank so aus. Ich kann euch nochmal hier genau zeigen, was ich mit habe. Ich habe mir mein Nackenkissen nämlich diesmal mitgenommen. Weil ich glaube, ich werde im Sitzen pennen müssen. Wohl oder übel. Kann ich mir gut vorstellen. Und hier ist noch so eine kleine Pflauschdecke drin. Das ist voll nice. Darauf kann man auch pennen. Das kann auch gut als Kissen benutzen. Aber ich habe hier sowieso noch ein Kissen. Aber ich weiß nicht so ganz, wie ich mich hier nachher hinlegen soll. Wenn ich denn dann mal schlafen gehen sollte. Und dann hier habe ich meine Taschenlampe am Start. Ich habe hier Knoppers. Äh, Bonbons. Ja, so wird das aussehen die ganze Zeit. Und Leute, ich habe hier auch noch kein Barbie. Man weiß ja nie, falls man zu viel Langeweile bekommt. Ja, wenn Becky wieder anfängt mit Barbies zu spielen. Aber ehrlich jetzt, ich habe mich als Kind immer super gerne im Schrank versteckt. Auch mit meinen Barbies. Das habe ich früher echt gerne gemacht. Wer von euch auch? Also jeder, der einen großen Schrank hatte zu Hause oder die Eltern oder so. Jeder von euch kennt das bestimmt, dass man sich da super gerne reingelegt hat. Auch in sämtlichen Komoden und so. Ich habe es geliebt. Auf jeden Fall, ja. Jetzt fängt das Gammeln wieder an, Leute. Ich werde mir irgendwie so eine coole Position hier regeln. Und dann werde ich erst mal abhängen. Das, was man ja sonst immer tut an einem Sonntag, ist eh sowieso gammelig. Ich hasse Sonntag. Die sind so gammelig, Mann. Mal gucken, was Netflix, mein bester Freund, mein einziger Freund in den ganzen Tagen hier, die ich hier abhänge, zu bieten hat. Tammy! Ja, ich ziehe mir den jetzt rein. Der geht sowieso eine Stunde sechsunddreißig. Ich bin so forever low, Leute. Ich bin so forever low. Wir sollten über die Bluse reden. Ja, okay. Ich liege. Ey, Leute, was geht? Es ist jetzt nach 15 Uhr und ja, mein Freund Bernhard und ich versuchen hier irgendwie miteinander auszukommen. Ich glaube, irgendwann mal eskaliert es in einen Streit, weil es sich einfach so breit macht. Er macht sich echt breit. Müsst ihr euch mal vorstellen, da ist wirklich eine Kamera drin. Was denkt dann Julian über mich? Okay, er denkt sowieso schon komische Sachen, Leute, aber was denkt er dann? Boah, Leute, ich habe echt keinen Platz. Guck dich das mal an. Null Platz. Essen bestellen kann ich mir auch noch nicht mal. Ich wünschte, ich könnte mir Essen bestellen und jemand bringt mir das zum Schrank, aber da ist keiner, keiner auch, der die Tür öffnen könnte. So, ich werde jetzt ein bisschen chillen auf Bernhard hier und mir die Zeit vertreiben. Mann, wo ist das Essen? Ich habe Hunger. Es ist so eng hier. Es ist so eng. Leute, das wird mein Mittagessen, mein Abendessen und mein Frühstück sein. Knoppers. Mh. Oh, so geil. Ich liebe Knoppers. Ich bin voll der Knoppers-Mensch. Kein Hanuta, Leute. Knoppers. Ich glaube, ich sollte meinen Status auf WhatsApp ändern. Ich bin im Schrank. Ich glaube, ich mache mir ein bisschen Mucke an. Ich mache hier eine Disco raus, Leute. Leute, ey, das ist so unheimlich. Ich kann mich hier gar nicht bewegen. Und seht ihr das? Was macht Bernhard da? Oh mein Gott. Wenn du nicht drehen willst, Leute. Das ist ein Struggle. So, ich weiß jetzt auch nicht, wie ich meine Zeit vertreiben soll. Ich gucke Filme. Ich chatte. Ich höre Musik. Ich dance ab. Aber irgendwie kommt doch nicht so ganz die Stimmung auf. Und irgendwie zwischenzeitlich ist es echt langweilig. Guckt euch das an. Bis nachher, Leute. Ich mache jetzt ein Nickerchen oder so. Oder gucke nachher einen Film. Oder keine Ahnung. Vertreibt mir irgendwie die Zeit. So, Leute. Ich habe ein kleines Nickerchen gemacht. Ich konnte ein klein wenig schlafen. Aber mein Rücken tut jetzt verdammt weh. Und ich fange schon an, Selbstgespräche zu führen, Leute. Ich fange schon an, ernsthaft mit Bernhard hier zu reden. Ja, so weit ist es schon gekommen. Oh mein Gott. Er hat ja eine Augenfarbe. Das wusste ich gar nicht. Leute, er hat braune Augen. Wenn dir plötzlich Details an deinem besten Freund auffallen, die dir sonst nie aufgefallen sind zuvor. Dieser Moment. Wer kennt das auch? Ich dachte, die wären komplett schwarz. Das ist voll gruselig. Jetzt fühle ich mich noch mehr beobachtet. Also hier drin kommt richtig Stimmung auf, Leute. Richtig Stimmung hier. So mit den Klamotten komplett über mir und den ganzen Pullovern. Und an diesen Dingern hier, die sind verdammt gefährlich. Unterschätzt ihr nicht? Leute, ich weiß, was ich spielen kann. Oh mein Gott. Ich habe das gar nicht mehr weitergespielt. Wo ist mein Handy? Jetzt mal ganz im Ernst. Das ist so hohl. Ich bin, ich habe das voll vergessen. Und zwar, Leute, Animal Crossing Pocket Camp. Wer zockt das auch super gerne? Ey, das beschäftigt mich Stunden. Warum bin ich nicht eher drauf gekommen? Boah, mein Magen ist am Knurren. Ich habe verdammt Hunger. Und so liege ich jetzt. Beine bis nach Meppen, Leute. Und jetzt kommt es, ja. Ihr denkt, das sei bequem? Wie sieht das für euch aus? Es ist nicht bequem, Leute. Das ist total schief und krumm und ich werde Nackenschmerzen des Grauens haben. Hallo, Leute. Also langsam wird das hier echt staubig drin. Durch die ganzen Klamotten hier. Wer würde gerne mit mir abhängen? Leute, jetzt mal ganz im Ernst. Wer würde gerne mit mir im Schrank abhängen? Ab damit mit dem Hand-Emoji in die Kommentare, ja. Dieses Mädel oder dieser Typ, der die Hand hochhebt. Ab damit in die Kommentare, wer gerne mit mir 24 Stunden im Schrank abhängen würde. So, Leute. Es ist jetzt mittlerweile 18 Uhr und ich merke einfach, wie gestresst ich bin. Weil Bernhard sich einfach viel zu breit macht. Ich habe irgendwie Angst, dass Spinnen irgendwie hier sind oder so. Ich habe echt Angst, aber ich hasse Spinnen, Leute. Ich hasse sie. Jedenfalls, ich beschäftige mich jetzt mit Karaoke, Leute, habe ich beschlossen. Ich singe jetzt einfach im Schrank rum. Jo, beste Beschäftigung. Einfach mal so zwei Stunden durchsingen, bis ich heiser bin. Das ist jetzt mein Plan, Leute. Despacito. Quiero gespitikula despacito. Hörbein und nana. I wanna dance avec Bollywood. Wird das nur ein One-Night-Stand? Oder wird das nur ein One-Night-Stand? Ja, 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 ja. Brrrr. Becky Gang, Becky Gang, Becky Gang, Becky Gang, Becky Gang, Becky Gang, Becky Gang. Becky Gang. Hey, Leute, das ist nichts für mich. Ehrlich nicht. Ich glaube, das wird nichts mit Karaoke. Ich kann es mir abschminken. Ich kann euch nicht antun und irgendwie, hier neben mir ist eine Wand, ne? Die Nachbarin hört das, glaube ich, wenn ich so rubschreie und singe. Da klingelt sie und beschwert sich. Und ja, ich fresse hier gerade die ganze Zeit meine Apfelchips. Und Leute, wisst ihr, was mich so richtig aufregt an solchen Typen? Das ist nur Luft drin. Wir will mal verarschen damit. Das ist bei den Apfelchips. Und Leute, seid stolz auf mich. Das ist der erste gesunde Snack dieses Jahr. Aber, also, ja, Apfelchips. Aber ich liebe Apfelchips. Ich könnte die ständig essen. So lecker. So lecker. Auf jeden Fall, ich dachte mir, wir essen mal das hier. Leute, die habe ich mal in England gekauft. Und die habe ich noch gar nicht gegessen oder noch gar nicht probiert. Ich dachte mal, ich mache jetzt eine Candy Challenge, Leute. Mit einem, mit einer Süßigkeit. Rainbow Nerds. Ich habe die wirklich noch nie gegessen. Aber probieren wir die mal, ob die so gut sind. Und die Leute immer sagen, ja. Die sind ja ultra gehypt immer. Irgendwie kommen die mir doch ein bisschen bekannt vor. Vielleicht von früher, als ich klein war. Ich weiß es nicht. Aber ja. Leute, ich zeige euch mal, wie die aussehen, Leute. Sieht aus wie Vogelfutter. Brutes Vogelfutter. Voll sauer. Die schmecken ein bisschen wie diese... Kennt ihr diese Halsketten, die man auf dem Jahrmarkt auch bekommt? Diese Bonbonhalsketten. Genauso schmecken die. Boah, alter Zuckerschock. Erster Inhaltsstoff ist auch Zucker, Leute. Das ist purer Zucker. Wenn ihr mal in England seid, ihr müsst die nicht unbedingt essen. Auch wenn die andere Leute immer hypen. So. Das war es auch schon mal bei der Candy Challenge, Leute. Und jetzt weiß ich nicht mehr, was ich machen soll. Jetzt ist es wieder vorbei mit mir. Jetzt werde ich bestimmt so hyper sein. Ich werde so hyperaktiv sein. Wie ohne Mist jetzt. Ich werde bei so viel Zucker echt mega hyper. So, Leute. Ich gucke jetzt gerade einen Film. Und zwar gucke ich die große Pause. Und danach habe ich beschlossen, die Monster-Uni zu gucken. Weil ich liebe Monster AG. Und den habe ich noch nie komplett durchgeguckt. Aber, Leute. Ich gucke jetzt weiter. So, Leute. Es ist jetzt 1.40 Uhr. Ich und Bernhard. Guckt ihn euch an. Er schafft es nicht, nicht creepy auszusehen. Wir treiben uns gerade zu zweit hier die Zeit. Gemeinsam. Ne, Bernhard? Möchtest du was sagen in die Kamera? Was Nettes? Nein? Nicht? Okay. Okay. Boah, Leute. Das ist echt unbequem. Ich fühle mich gerade auch so, als würde ich auf Stein schlafen. So unbequem. Spätestens, wo habe ich mein Handy hingetan? Moment. Jo, Leute. Es ist 23.07 Uhr. So, jedenfalls werde ich auch ein bisschen am Handy sein. Ich werde eure Bilder ein bisschen liken. Und noch auf Twitter gucken und so. Das mache ich sowieso super gerne. Also danke an jedem von euch, der mir immer so nette Edits macht. Und nette Tweets schickt und so. Und ja. Ich glaube, so werde ich mir noch die Zeit vertreiben, bis ich einpanne, Leute. Ich dachte schon, mein Zimmer wäre Knast-Style. Aber das hier, das ist richtig schlimm. Das ist Sardin-Büchsen-Style. So, Maggie ist jetzt mega eingerollt und wird jetzt versuchen zu pennen. Also, gute Nacht, Leute. 3 Uhr 28 nachts. Boah, Leute, ey. Ohne Scheiße ist jetzt 2 Uhr 37 und ich kann nicht richtig schlafen. Oh, mein Nacken, Alter. Das tut so weh. Ich bin so eingerollt wie eine Schnecke, Mann. Wie eine Schnecke. Was passiert auch, wenn die ganze Kleiderstange runterfällt, so mitten in der Nacht? Das ist so Horror, wenn das runterkommen würde. Genau dann. Genau jetzt, wo ich hier so liege. Und guckt schon wieder Berlert an. Ich sag's euch. Er beobachtet mich. Guckt in sein Auge. Ja, ich werde jetzt vielleicht im Sitzen versuchen zu pennen. Vielleicht funktioniert das ja mit meinem Donut-Nackenkissen, Leute. Vielleicht funktioniert das ja besser. Gute Nacht. Peace. Ich bin raus. Gut Morgen, Leute. Was geht? Ich bin wieder am Start. Es ist... Warte, wie spät ist es? Boah, Alter. Es ist 7 Uhr 1 Uhr rein. Die da ist 7 Uhr 31. Ich fühle mich so old ausgeschlafen. Aber es ist schon irgendwie cool. Irgendwie mal im Schrank übernachtet zu haben. Ohne Scheiße jetzt. Es ist schon irgendwie nice. Ich finde mein Knoppers nicht. Nein. Was mein Knoppers sind, Leute. Ich würde hier zwar alles voll krümeln, aber... Genau. So, Leute. Es ist mittlerweile hell. Seht ihr das? Es ist schon hell. Das Licht kommt rein. Endlich. Und es ist, ich glaube, um die 10 Uhr. Ja. Und es heißt nicht mehr lange. Dann kann ich endlich raus. Und dann ist es offiziell. Und wir haben die Challenge wieder mal geschafft. Oh mein Gott. Hier kamen schon Klamotten runter. Leute. Gebt euch das mal. Hier. Die Pullover kamen schon runter. Ich weiß nicht, wie ich das wieder geschafft habe. Aber ja. Die kamen einfach runter. Das ist voll gruselig. Wenn plötzlich da Klamotten runterkommen. Einfach so. Ich weiß nicht, wie ich jetzt noch 3 Stunden überleben soll. Leute. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich heule meine Freundin einfach zu. Ja. Die wundert sich wahrscheinlich auch so. Was mache ich jetzt schon wieder im Schrank? Ich war doch vorher erst im Keller und so. Was mache ich jetzt im Schrank? Aber egal. Dafür sind ja Freunde da. Um sich auszuheulen. Lan. Ich bin dieses Mal 24 Stunden im Schrank. Sei froh, dass du das nicht mit mir teilen musst. Ja. Kann die Zeit nicht ein bisschen schneller vorangehen? Wenn du irgendwie deine Zeit rumbekommen willst mit Essen, Leute. Leute. Wir können es jetzt offiziell machen. Wir haben es geschafft. Yeah. Ich bin sogar 2 Minuten länger vor euch hier drin geblieben. Ich habe es gar nicht bemerkt, Leute. Ich habe es null bemerkt, dass es schon nach 13 Uhr ist. Auf jeden Fall kann ich jetzt endlich raus. Oh mein Gott. Ich bin so froh, endlich hier raus zu kommen. Ohne Scheiße. Jetzt ist es so eng. Boah. Leute. Endlich raus hier. Raus. Bloß raus. Äh. Es. Tageslicht. Tageslicht. Auf jeden Fall haben wir es jetzt aber geschafft. Lasst mir gerne den Daumen nach oben da. Zerschmettert den Daumen nach oben, wenn ihr mehr sehen wollt. Und schreibt unbedingt wo. Und ja. Ich würde sagen, wir sehen uns in meinem nächsten Video. Und ciao.